Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt was wird. Ich bin wieder evil gestern. Das heißt, aufpassen, zuhören. Ich? Ich nehme die drei. Drei. Oh, Elli. Ich finde, die drei ist mal eine schöne Zahl. Ich war das nicht. Das ist aber jetzt eine wilde Erdbeere, Jeff. Was war das? Das Problem ist, meine Tastatur ist... Sau, ich wollte die Gattung wieder schielen. Warum macht ihr denn das? Du meinst Sidekicken? Nein, schilden. Das Problem ist... Gut, dass du ihn nicht geschildet hast, weil er böse war. Meine Tastatur war inverted und ich wollte halt auf den Button klicken, nicht auf den Key. Deswegen, weißt du, es war einfach inverted für mich. Ich hab dann auf Key gedrückt und dann ist Parzival geplatzt. Ich hab einfach mal den Parzival gemacht, weißt du, so in der ersten Runde schießen. Und hab Parzival getroffen und er ist böse gewesen. Ja, aber Jeff, du weißt schon, dass wir dich jetzt dann dafür rauswoten. Wieso, wenn er der Sheriff war? Er war ja hundertprozentig Sheriff. Ich vote hier, Jeff, nicht. Ich bin gelaufen, ne? Ich will ganz durcheinander, um ehrlich zu sein. Er wohnt nicht, oder? Also hätte das Gespräch so vor 30 Sekunden aufgehört, wüsste ich genau, was ich mache. Aber jetzt bin ich ein bisschen... Soll ich jetzt noch auf Ellie schießen? Äh, Ellie? Freunde, Freunde, ich... Sorry, ich war grad bei der Fußpflege noch. Was ist passiert? Äh, Maluris hat Ellie abgeschossen und dabei Parzival getroffen. Der hat sich dazwischen geworfen. Da bin ich dabei, weil Maluris voten. Oh mein Gott, ich lebe zurück, ey. Ach mal, wer hat mich gepusht? Wer wollte mich jetzt noch voten? Ellie. Also wenn du nicht labernst. Ellie... Ellie-Matic. Nein, nicht schießen, nicht schießen. Jeff ist Sheriff. Angeblich. Wer es glaubt, ne? Na, das behalten wir mal so im Hinterkopf. Und beobachten das Ganze. Und gucken, was wir daraus machen. So wirklich glaub ich denen nicht. Warum ist sie zum Event gedippt? Oder sie? Ich weiß nicht, wer diesen Skin hat. Warum geht das so schnell? Ich hab auf Jeff geschossen. Hätten wir liegen lassen können. Äh, actually hast du recht, tu mir leid. Ich hab nicht gepushten sollen. Ja, aber ich bin damit safe, Leute. Ich dachte, er will nicht erschießen. Ich dachte auch erschießen. Wieso bist du damit safe? Okay, feine Katze sitzt. Weil er auf mich geschossen hat. Ja, er hat auf mich geschossen. Ich hab's eben gesagt. Ich bin ein Goodie. Was soll ich auf mich schießen? Das ist leider Bullshit. Ich hab mir noch grad geschildert. Oh, Mensch. Das wird irgendwie immer wild. Hab ich jetzt noch ein Schild? Nee, oder? Nee, du hast gerade Jeff geschildert, nachdem er in der ersten Runde gesagt hat, ey, ich hab Parzival erschossen, weil ich wollte, dass ich umfalle. Und plötzlich ist Parzival tot. Das war ja glücklicher Zufall. Auf wen soll ich jetzt als nächstes schießen? Und du denkst dir, ich bin jetzt richtig. Den schilde ich. Da vergolde ich das Schild. Ja. Eigentlich wollte ich nicht checken, was passiert, wenn... Aber Ellie, was steht denn bei dir in deinem Chat jetzt gerade? Hä? Oh, oh. Was steht denn da jetzt? Mein Chat ist gerade an. Das ist ja Reporter. Vier Sekunden. Hä? Okay. Jetzt bin ich wieder zu leise. Hi. Killed four seconds ago. Na ja. Hä? Body Report? Wer? Killed four seconds ago. Nee, nee. Wer siehst du nicht? Du siehst nur die Dauer. Außer du instant reportest. Also bei dir steht, The Killer appears to be Smaggy. Hä? Na, Smaggy ist es nicht. Smaggy ist es nicht. Smaggy ist es nicht. Smaggy ist es nicht. Okay, Terz, du kriegt mein Vote. Dafür seid Lachen. Das Lachen. Ich wollte dich auch. Ich wollte dich auch, Terz, damit du zum Präsidenten wirst. Freunde, ey, wartet mal. Ihr habt mich vorhin random ausgeworfen, jetzt nicht schon wieder. Nein. Hör auf, lustig zu sein. Ich will jetzt hier die letzte Runde mit Franzi spielen. Miausi, nein. Die jetzt gerade noch relativ chillig unterwegs ist, aber die, äh, leg gleich los. Und da will ich dann dabei sein, weißt du? Gleich leg ich los, ja. Oh, jo. Jetzt, äh, los geht's. Okay, ich hab's richtig, gleich geht's so richtig ab hier. Gleich geht's nämlich los. Mensch, Stresshärse. Ich hab dich nicht gevotet. Kannst weiter an deinem Spiel. Sie schlitzt hier gleich durch mit ihren Krallen. Elli, ich hab das Gefühl, dass Terz geschilden... Okay, es geht los. Alles gut, Elli. Wiedersehen, Elli. Wann sie hat losgelegt? Ich lege jetzt los, okay, Terz? Ich mach jetzt Rabi, äh, Remi, Demi. Sehr gut. Rabi, Dabi. Ich hab sie halt nur gekillt, weil ich möchte nicht in die Situation kommen, dass jemanden shieldet, ähm, und dann die Benachrichtigung kriegt, dass jemand, äh, versucht wurde, gekillt zu werden. Was ist da passiert, Smeggy? Ähm, ich hab dich gesehen, wie du Onkelchen umgehauen hast. Ja, es ist falsch. Smeggy war direkt hinter mir gerade, das bedeutet, Smeggy müsste der Killer sein. Nee, äh, ich bin tatsächlich rausgelaufen und Lunette kommt wieder zu einer Leiche. Ja? Und dann... Ich weiß auch, dass Franzi nicht böse ist. Ja, ich auch. Hm. Ist Franzi aus Crewmates Sicht nicht böse, oder nur aus deiner? Mhm. Selbst ein Crewmate kann eine verschobene Ansicht haben. Aber ich würde sagen, dass Franzi nicht in der Lage ist, zuzustechen. Weil sonst wäre ich schon lange tot. Richtig. Ich glaub, Franzi ist ein Feini. Nee, ich glaub nicht. Ja, bin ich auch. Ich glaub nicht. Und Smeggy hat hier getötet. Ich hab mich schon gefragt, warum du so lange an der Simon Sester gebraucht hast. Ähm... Das liegt daran, weil... Nee, du brauchst ein Kurzzeitgedächtnis. Das ist also kein Wunder, warum Franzi das nicht schafft. Nein, das Spiel hat mich komplett verarscht. Ich hab die richtige Kombination, aber er ist einfach falsch. Bestimmt war die richtige Kombination. Ah, ja. So war's, ja. Also entweder hat Franzi gekillt, oder sie muss den Killer gesehen haben. Es war halt wirklich so. War das dein Ich-Lege-Los? Das hat sie doch nicht. Nein, ich hab mich gekillt. Wirklich nicht. Also ich weiß, Franzi ist voll nicht Killer. Richtig. Woher weißt du das, Thier? Weil er sie zum Sidekick gemacht hat. Jetzt stell nicht so viele kritische Fragen. Wo ist denn der Kill? Die hat man einfach im Gefühl. Weißt du? Wo ist der Kill? Der Kill ist unter Electric Kill in dem Gang. Okay, Yam ist es nicht. Und Vivi ist es nicht. Also wie gesagt, Franzi müsste den Killer gesehen haben. Ja, ist Maggie. Oder Feinde Katze hat gebissen als Vampire. Recht. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Die find ich besser. Hab ich gut gemacht, ne? Hab ich mir grade ausgedacht. Wer ist Vampire? Äh, Feinde Katze könnte Vampire sein. Während ich das Licht angemacht hab, ist dann unten jemand gestorben und Smaggy hat dann Franzi töten gesehen. Ne, ich hab sie von der Leiche weg und wieder zurücklaufen sehen. Ich skippe mal bitte. Bin ich weggelaufen? Aber es sah so aus, als ob es umgekehrt ist. Oh, Smaggy kriegt die Rebots und Franzi gar nicht. Oha. Ja, weil ich nix gemacht hab. Ja, das glaub ich dir nicht, Franzi. Nix gemacht. Schwierig. Ich glaub aber diesen Lover mit Feinde Katze. Ja, hier ja. Aber es gibt auch eine andere Streamer-Lobby, wo da flieg ich instant raus. Oh, ne. Oh nein, Test ist gestorben. Das sieht ja jetzt aber irgendwie komisch aus. Also das hat einen Namen. Ähm. Und ich find Terster eigentlich sehr gut aussehend. Äh, Terster liegt oben in Reactor, quasi unter der, also bisschen unter dem Wind, unter dieser Nummern-Task und dann kam Smaggy gerade von oben. Mhm. Und vorher ist aber, meine ich, irgendwas mit Pride-Flagge von der Seite auch an Electrical vorbeigelaufen. Ja, aber Dasher kann mich rausnehmen. Ähm. Kann es sein, dass Terster Sheriff war? Die ist schon ein bisschen älter. Ja, die ist an mir gestorben. Ich war an der Zahlen-Task. Er stand da auch die ganze Zeit neben mir. Und da bin ich einen Schritt weitergelaufen. Bin ich jetzt, bin ich jetzt gerade nicht doof? Jeff war doch Sheriff und hat auf den geschossen. Ja, aber kann sein, dass der Deputy war. Der Deputy, äh, ist schwierig. Wurde nämlich gerade eben gehandcufft in, also einem unteren O2. Du hättest auch vorher gehandcufft. Deswegen bin ich bei dem Code eingeben ausgegangen. Du hättest auch vorher gehandcufft sein können. Ja, vielleicht bist du auch schon seit einer Runde davor. Äh, ich hätte noch eine Frage. Ich dachte, Jeff redet. Nee, kann es nicht sein. Ich bin ja aus der Task gefallen. Ich konnte ja die Sabotage unten nicht fixen, deswegen. Äh, das kannst du machen. Ich wurde an dem Moment rausgenommen. Items, du kannst fixen, ne? Ich bin aus der Task geflogen und konnte nicht mehr in den Task rein. Ich glaube, also, feine Katze, du musst mir halt auch erklären, wie es denn ist, dass die O2-Sabotage dann angeht, wenn Dasher und ich im Portal dann rüber switchen. Das ist ja ein super Zufall, oder? Vor allen Dingen verstehe ich nicht, feine Katze, du hast schon beim O2 gestanden und hast nichts gemacht in der Zeit, in der ich da hingelaufen bin, also durch den Raum, durch und die Nummer eingegeben habe. Hast du da gestanden? Du hast mich gehandcufft. Ich glaube, du wärst tot, Niji. Aber wirklich, Terz und, äh, Franz und ich nehmen den Teleporter und auf einmal geht das. Ja, ne? Hm. Aber, Niji, ich glaube, du wärst jetzt tot, wenn ich der Deputy da... Weil dann hätte ich feine Katze einfach weggerotzt. Ich skippe. Aber ich weiß nicht, was soll ich austun? Also, ich kann jetzt... Wir sind noch neun. Äh, ich hatte eine Rolle und die habe ich nicht mehr. Sorry. Hm. Oh, das hätt's vielleicht nicht so laut sagen sollen. Ja. Ah, vielleicht habe ich ja jetzt eine andere Rolle. Nee. Ich glaube nicht. So, doch, das kann sein. Das kann sein, Niji. Verrat sie nicht. Ja, ich bin, äh... Ja, genau. Geheim. Ja, der könnte, die... Also... Ich bin, ich bin ja... Ähm... I will guess her. Müsste maximal good guess her sein, aber dann... Wüsste die Person ja meine Rolle sowieso schon. Drei Oha. Oha. Reaktor-Dingens da, also in Admin da, vor diesem O2-Täler-Dingens, wo man das eingeben muss. Wie heißt denn das? Hast du ein Bild erwischt? Nein, ich weiß nicht, wie du es sagst. In Admin, aber wie heißt das Teil, wo man den Code eingeben muss? Vor der Sabotage halt. Ja, vor der Sabotage, genau. In Admin. Dieses, wie heißt der O2-Sabotage? War Franzi gerade auch rechts bei der O2-Sabotage? Nee, ich war unten im Download. Das kann ich bezeugen. Weil Nigi ist auf jeden Fall nach links gelaufen und es waren Haufen Leute rechts. Ich denke, dass die alle nicht den Nigi-Kill gemacht haben können. Da kann sich jemand ausschließen. Rechts waren Maggie, Jam, Maluris und ich. Aber es kann bestätigen, dass Franzi in Koms stand. Das war's. Das waren die O2-Fixer. Beziehungsweise ich hab gefixst und die anderen sind rechts rumgelaufen. Ja, fandest du das nicht komisch, dass O2 angegangen ist, währenddessen du nicht in der Nähe von O2 warst? Ich find das schon ziemlich sass. Ich war ja in der Nähe von O2. Ja, aber Moment mal. Ich wollte nur das Argument zurückbringen. Die Leute auf der rechten Seite kann man nicht rausnehmen. Also ihr wisst schon, in Admin gibt's ein Wenn drüber. Nicht für den Admin, sondern für den anderen. Genau, auf Nigi, der Kill. Wo liegt der? Anscheinend ja linke Seite, wenn Maluris das sagt. Nee, den hab ich doch grad reportet. Nee. Nigi hab ich reportet, den Admin. Achso, das stimmt. Ich hab reportet, oder? Ich hab reportet. Ich hab ... Das stimmt. Dascher wurde mit angezeigt. Keine Ahnung, wo der Dreh. Ich hab Katze noch, überall laufen sie nach links. Und dann gar nicht mehr. Also Maggie ist ja trotzdem Killer. Den kennen wir da. Nein, ich bin kein Killer. Hör auf zu Inten. Also haben wir hier feine Katze und Lunatic als Killer. Warum denn Lunatic? Oder, das ist ein Bait. Aber da geh ich immer gerne mit. Kein Problem. Jetzt kommt man im Download, oder? Ja, sie stand doch beim Download. Das ist ja in der Nähe vom Admin. Oder? Warum skippen wir denn eigentlich immer noch? Ah, und bei Comis. Weil wir immer noch einen Imposter und Jakar mit Zeitkick haben. Bei sieben Leuten. Skippen wir dann. Unbedingt. Das ist Mathe. Pick, mach. Pick, mach. Und ich denke, dass Jum und Lunatic beide die Kills nicht gemacht haben. Das stimmt. Oder noch zwei Leute übrig bleiben würden für zwei Kills. Du? Und Smaggy. Ich habe den Kill nicht gemacht. Ich kann aber sagen, der Kill ist ultra frisch. Und ich glaube, Maluris. Nee, nee, ich habe den gerade frisch gemacht. Der ist mir da gerade entgegengekommen. Maluris hat den Bait, glaube ich, gerade erwischt. Okay, wir müssen uns jetzt nur einigen, ob wir feine Katze oder Smaggy wurden. Das überlasse ich euch. Ich finde das nicht so gut eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Dann nehmen wir es, Maggy zuerst. Ich bin hier eine chillige Witch. Also ich mache hier gar nichts. Ich habe noch nicht einmal gecursed. Ich bin hier ganz chillig, Milly dabei. Dann gäße ich schnell. Wenn du die Witch bist, dann wirst du Maggy. Ja, dann kannst du ja machen. Das ist gar nicht die Witch. Vielleicht bist du ja Jekyll oder so. Nee, ich bin 100% nicht die Witch. Ich habe auch noch keinen Kill gemacht. Doch, ich habe einen Kill gemacht. Ich habe Pink getötet, weil die mich gehandkauft hatte, als ich versucht habe, die Runde zu gewinnen. Also du solltest auf jeden Fall auf mich schießen. Ich bin die Witch. Komm, trau dich, Malheuris. Nee, wenn du es jetzt falsch ist, dann verliert. Dann gewinnt ihr, weißt du, das wäre ja kassier. Nee. Ach, komm schon. Ich wollte Malheuris. Ich habe den Klimmorten erst Maggy raus. Nee, nee, nee. Ihr Wort ist Maggy und dann vielleicht. Dann gäste ich nichts. 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 Schade Smiggy, ne? War ich doch kein Gesser. Ich wusste diesen Lover. Ne, mach mal nicht. Ist wirklich falsch. Iams, wer ist es? Malheureus ist es wirklich. Was denn? Er hat hinter mir getötet. Was denn? Ein Schakal ist er. Er war nicht Schakal! What? Franzi, warum hast du das jetzt noch geworfen? Ihr hättet doch einfach beide Malheureus wogen. Ja, ja. Ich wusste nicht, dass er einen schaukieren hat. Absolut. Ich musste hier um zwei gästende Kollegen rumspielen als Lover, ohne dass ich jemandem sagen durfte, was ich bin bis zum Ende. Das erste Pushen von Smiggy war einfach auf meinen Lover, der direkt neben mir steht. Aber dein Lover hat direkt auf mich gepusht. Ich hab nach der Sekunde gewusst, dass sie denn Lover ist. Ich hab sie nicht gekillt.